Das sind alles so Songs zu Fred, also auch die Stimmen dahinter, ja Fred Röttcher und Frank Schindel und so, wie sie alle heißen. Der hat eine Liste geschrieben, ne? Genau, der ist das. Schindels Liste mit den besten Digimon-Songs. So, es ist 12 Uhr 29. Machen wir jetzt Uhrenvergleich. Uhrenvergleich, ja. Oder Hurenvergleich. Was hast du so für eine Hure? Also ich gehe immer nach Amsterdam, das ist eine weite Reise, das lohnt sich. Die ist da in so einem festen Schaukasten. Das ist so eine, ist ja bei Amsterdam so gemacht, um die Kirche rum sind die ganzen richtig fetten und da habe ich Stammkunde, bin ich. Ah, ich habe mir eine angeschafft für zu Hause, die im Keller schläft und übernachtet so und ich kann die hochholen, wenn ich Bock habe, ist entspannender. Sie hochholen, damit sie dir einen runterholt. Genau, quasi. Damit ist jetzt auch das Eis gebrochen, liebe Leute. Ja, es gab letzte Woche keinen Podcast. Dieses Mal ist es letztlich doch etwas später geworden, aber es ist noch Sonntag. Ja, es ist noch Sonntag, ja. Es ist heute meine Schuld. Ich habe lange durchgemacht, gestern die Nacht und bin jetzt dementsprechend müde. Und es ist jetzt 12.30 Uhr am Sonntag und eigentlich hört ihr jetzt schon den Podcast eigentlich. Ja, wenn die jetzt hier live sitzen würden, könnten sie ihn hören. Selber Schuld. Das ist halt eure Schuld jetzt. Selber Schuld jetzt, ja. Aber Hauptsache, es gibt einen Brennpunkt und wir machen manchmal Pausen, das ist voll okay so, aber trotzdem könnt ihr euch sicher sein, der Brennpunkt kommt wieder. Wieder und wieder. Was auch wieder und wieder kommt, sind die Schläge auf das Gesicht von KuchenTVs Freundin. Ja, ich habe es gesehen. Und auch das Zitat von MCM, was wohl aus dem Kontext gegessen war, oder? Mit irgendwie, ja, das Kuchen hat seine Freundin geschlagen, finde ich stark. Nee, Respekt. Oder Respekt, irgendwie sowas, ja. Und ich dachte, okay, das sagt nicht mal er. Das Ding ist, dass er das halt so ironisch sagen wollte, aber weil er vielleicht nicht so dieses Fassungsvermögen dahingehend hat, sagt er halt so relativ Ernst Respekt. Aber seine Gestik dazu zeigt halt schon, dass er es eher ironisch meint. Aber war witzig. Und es ist wohl so, also das war ja auch dieselbe Freundin, die sich mal getrennt hatten, ja, als irgendwie Kuchen auch so ein Video gemacht hat von wegen, ja, so eine Bitch und hat mich betrogen und so. Und das ist noch die gleiche wie vor drei, vier Jahren so. Ja, das ist die Gina. Ach ja. Keine Wilde, sondern irgendeine andere. Gina Wilde, nee. Eigentlich ist mir das Thema relativ Bockwurst, aber YouTube Deutschland dreht gerade mal wieder durch, ja. Also, holy shit. Endlich gibt es mal wieder ein Thema, wo alle drauf rumreiten können und der große Skandal oder das große Problem an der Sache ist, dass KuchenTV halt jetzt dieses Video hochgeladen hat, in dem er weint und sagt, ey, ey. Erstmal, das Weinen klingt sehr unauthentisch, aber vielleicht kann der auch einfach nicht weinen. Vielleicht ist das irgendwie ein bisschen komisch. Der ist so einer, glaube ich, ja. Der ist so männlich und so hetero, der kann nicht weinen. Ich finde es halt auch weird, dass wenn man so ein Video schneidet, er fängt ja dann auch an mit Reden, aber hat trotzdem am Anfang die ersten zehn Sekunden, wie er nur weint. Das alleine finde ich schon wieder weird. Das will man schon zeigen, na klar. Wenn du schon einen Cut setzt und das ist halt drin, da kannst du dir sicher sein, okay, das ist gerade gewollt. Ja. Und dann kommt er nämlich raus und sagt, hey, da gab es jetzt dieses neue Video von APK, das ist so ein anderer Affe, der nur Beef mit Leuten hat und ich nenne den nur Affe, damit er jetzt mit uns auch Beef hat. Cool. Und ja, keine Ahnung, der macht halt irgendwie auch nur Scheiße. Und der hat jetzt nach vielen Jahren das nochmal ausgepackt mit der Freundin, hat aber auch andere Sachen ausgepackt oder rausrecherchiert oder was auch immer. Du brauchst es an der Freundin zum Beispiel. Nee, leider nicht. Komme ich gleich noch zu. Ein Teil davon war halt hier, du schlägst deine Alte und stehst dich dazu oder sowas. Und da hieß es jetzt, oh, da muss ich jetzt doch mal clean kammen nach all dieser Zeit, weil damals hat er es noch abgestritten, dass er sie geschlagen hat. Und sie hat dann ihn auch in Schutz genommen, hat gesagt, ja, das stimmt doch nicht. Ja, und jetzt kommt nochmal ein Twist. Ja, der Attist im Twist. Es stimmt doch so. Oh, hat keiner kommen sehen. Und woraufhin jetzt alle entsetzt sind, ist halt, dass der Großteil der Community sagt, ja, Fehler passieren und so und voll mutig von dir, dass er jetzt quasi der Held der Story ist, weil er sich der Weinen zeigt. Ja, kommt raus, Männer, ja. Hashtag MeToo. Habt doch ihr eure Frau geschlagen. Wie geht's euch damit? Seid ihr jetzt traumatisiert? Kommt raus, Leute. Ich weiß, wer traumatisiert ist, nämlich Bela B. Der hat ja da auch diesen übelst relevanten Song drüber gemacht, Einschlag. Ich finde ihn gar nicht schlecht, aber darüber können wir noch im folgenden Hörerwunsch. Ich finde den musikalisch auch gut, aber ich finde das Thema zu belanglos, aber scheinbar ist es nicht belanglos, sonst würde nicht jeder über KuchenTV jetzt reden. Wahrscheinlich, ja. Und ist da jetzt eine Konsequenz für Kuchen? Also, es hätte ihn ja wahrscheinlich nicht angezeigt oder so, wa? Nee. Wahrscheinlich, weil hier noch ein paar sind. Das ist ja auch drei Jahre her, das Event, um was es geht. Und jetzt hier kommt meine Theorie in dem ABK-Video, ja, dass das alles nochmal ausgelöst hat. Das geht zehn Minuten, da geht's ja nicht nur darum. Da geht's auch unter anderem darum, dass er Hacker engagiert hat oder Kontakt mit Hackern hat und mit denen dann irgendwie Adressen rauskriegen wollte und, weißt du, sowas in die Richtung zu machen, um da richtig, weiß ich nicht, mies Schabernack zu treiben oder so. Und ich würde fast sagen, dass er jetzt dieses Video nur gemacht hat, um davon abzulenken. Weil jetzt sind natürlich alle mit dem Auge, okay, guck mal, hier, Frau schlagen, oh, das geht ja gar nicht. Und dieses Ding ist komplett vergessen. Also das fand ich, wenn das denn real ist, ja, weil die labern ja eh alle nur scheiße. Ja, alle wir brauchen, ja, ich hab einen Hackerfreund und so. Oder bei GTA 5 damals, wenn man online gespielt hat, so dieses Jahr, mein Bruder arbeitet bei Rockstar und so, da kann ich bannen und so. Das sind immer solche, ja, klar, irgendwie haben alle Brüder, die da arbeiten oder Väter, keine Ahnung. Ja, aber wenn das halt stimmt, dann wäre das sehr viel härter als, ja, sie ist mir mal ungünstig in die Faust gerannt. Selbstverständlich, ja. Sie hat die Augen so oft vor meine Faust gehauen, dass meine Faust wehgetan hat. So rum war es nämlich. Ja. Tolle Taktik. Ja, also, keine Ahnung, ich finde, das Ding ist wie immer in der Mitte, man sollte das überhaupt nicht glorifizieren, dass er jetzt ja irgendwie total toll sich weinen zeigt, ja. Auf der anderen Seite, wenn es halt wirklich dieses eine Mal im Affekt war, ist es jetzt nicht per se ein Frauenschläger, beziehungsweise das Wort Frauenschläger finde ich auch schon wieder dumm. Na faktisch. Ihr wollt doch Gleichberechtigung. Aber faktisch ist er ja ein Frauenschläger, weil er eine Frau geschlagen hat. Ja, aber er ist vielleicht auch einmal ein Schläger oder ein schwächere Personenschläger oder so. Ja, die ganze Story, wenn die so stimmt, ist halt auch ein bisschen mehr, als mir ist einmal die Hand ausgerutscht. Dass er auch noch zusätzlich an den Haaren gezogen hat, in den Bauch getreten irgendwie, während sie auf dem Bett lag und er über ihr irgendwie sowas. War so ein Wrestling-Fight, das ist doch dein Expertengebiet. Ja, schon, aber nicht von Amateuren, der kann das ja nicht. Ist nicht Sex auch so eine Art Piledriver irgendwo rein? Grund für Stellung, also 1969 ist ein Tombstone-Piledriver, das stimmt. Ja, ich finde es eh lächerlich, wenn man, weiß ich nicht, also man kann ja mal, also ich verstehe es oft, wenn jemand in einer Beziehung Streit hat, ja sehr heftig, und irgendwie man sich so ein bisschen körperlich wehrt, so, wenn jemand einen so krass anschreit, hat er manchmal schon dieses Verlangen danach, einfach mal zuzuschlagen, einmal. Aber es gibt dann so Menschen, die zerren an den Haaren und hauen dann mit dem Kopf vor die Wand, keine Ahnung, dass so ein richtiges Verprügeln entsteht. Ich finde so einmal schlagen ist was anderes als jemanden verprügeln. Also ich finde, da muss man jetzt auch Verständnis haben, weil jedes Mal, wenn du hier von Theater und irgendwelchen komischen Musicals erzählst, da rutscht mir auch immer fast die Hand aus. Aber nur fast, das ist ein Unterschied. Ja, aber... Du schießt mir nicht an den Haaren und machst andere Sachen mit mir. Mir wurde halt auch nicht als Kind eingetrichtert, dass ich hochbegabt bin. Mir auch nicht. Deswegen kann ich mich jetzt einschätzen. Aber Kuchen oder was? Ja, ja. Oh Gott, ey. Dann hatten wir auch so einen im Studiengang irgendwie, ich weiß gar nicht mal, wie sie hieß, die auch meinte, ich habe einmal einen IQ-Test gemacht mit neun und der hat gesagt, dass ich hochbegabt bin. Und das Ergebnis war neun. Ja, und ich dachte mir so, ja toll, schön, trotzdem bist du nicht besser oder cooler als die anderen. Und du musst so einen Test eh regelmäßig machen, so einen IQ-Test an verschiedenen Tageszeiten, um so Mittelwert zu finden. Es gibt ja auch nochmal einen Unterschied zwischen Klugheit und Intelligenz. Also es gibt ja voll lebenserfahrene Hauptschulbauern, die aber voll clever sind, aber halt nicht so den hohen IQ haben und dann vielleicht so Logikrätsel nicht lösen können, aber... Es gibt alles, auch Leute, die kein Abitur haben und trotzdem voll klug und gebildet sind, weil sie sich halt von sich ausbilden und irgendwie in der Kulturszene sind, Bücher lesen, keine Ahnung. Da ist sie wieder, die Kulturszene. Alter, Tino, mir vibriert die Hand schon wieder. Beispiel Fach in Urlaub zum Beispiel. Er hat ja auch jetzt keinen irgendwie, er hat auch nie studiert, mal ganz kurz irgendwie Archäologie für drei Tage. Trotzdem ist er ja sehr gebildet, weil er viel liest und gereist ist und in der Kultur auch arbeitet. Klar, ich finde schon, dass... Wenn ich jetzt zum Beispiel, als ich im Theater gearbeitet habe, ja, das war schon auch völlig ein anderes Klientel, als als ich in der Großküche gejobbt habe zum Beispiel. Ja, Hurensöhne. Das ist schon unterschiedlich, ja, aber auf beiden Seiten so, aber anders. Es sind verschiedene Hurensöhne und Töchter. Ja, nee, ist doch okay. Ist doch okay. Ich würde auch nicht sagen, dass die Kulturleute immer schlauer sind, darum geht es mir gar nicht. Ich meine nur, es ist schon eine Tendenz da, dass Menschen sich eher für einen Job im Theater oder in der Kultur entscheiden, wenn sie tendenziell, vielleicht gibt es ein paar mehr, die intelligenter sind. Aha, das lasse ich einfach mal so stehen. Gebildeter vielleicht, gebildeter vielleicht, ich weiß es nicht. Ich rede mich gerade im Kopf und Kragen, aber es ist halt so mein Gefühl. Aber das, also KuchenTVs Freundinsgesicht ist ja auch gebildet, missgebildet ist das jetzt durch die ganzen Schläge im Gesicht. Sein, ich dachte, er hat geschlagen und sie. Ja, KuchenTVs Freundinsgesicht. Ach so, ah, ich dachte, ich dachte, sein Gesicht. Weiß man, wie sie aussieht? Jetzt nicht mehr, jetzt ist sie einfach nur noch so ein gehacktes... Sieht aus wie so ein Boxer nach dem Boxkram, weißt du, mit so einem gletschten Gesicht und die Ohren. Sie sieht jetzt plötzlich aus wie Mike Tyson. Er hat sie einfach geblackfaced, alter, er hat so oft geschlagen, bis sie schwarz wurde. Es ist Mike Tyson. Oh Gott, oh Gott. Ja, großartig. Das war das eine große Thema der Woche. Das andere große Thema der Woche ist eine neue Covid-Variante. Nein, nicht Covid, Corona. Na, vielleicht auch. Na, Covid-Variante. Vielleicht tatsächlich auch Covid-Variante, denn die aktuellen Meldungen sind alle so, okay, Omikron heißt das Ding. Ja, potenziell RIP, OPI und Omikron, sag ich mal. Aber es ist noch nicht so ganz klar, weil viele sagen, dass es vielleicht doch auch mildere Verläufe hat. Hab ich auch auf dem Weg her nochmal kurz gelesen im Artikel, dass erstmal war so übelst die Angst und Panik. Oh, jetzt haben sich ein resistenter Virus gebildet irgendwie in Südafrika, keine Ahnung, und der ist ganz schlimm. Aber jetzt haben die ersten, schon gesagt, die erste Ärztinnen und Ärzte, dass die Verläufe recht mild waren bei Leuten, die diese Omikrom-Variante hatten. Omikrom. Omikrom. Das ist, wenn das ganze Auto so schön silber ist. Ein omnipräsenter Virus ist das. Und ich habe auch gelebt, und sie haben von Bernd Töcke, der Witz wurde Millionen mal gemacht, von Bernd Töcke wurde die Immunität aufgehoben und zack, hat er Corona bekommen. Haha. Ja. Es wird gerade irgendwie ermittelt wegen Volksverhetzung gegen ihn, da hat der Landtag seine Immunität aufgehoben, schon wieder, und es wird eben ermittelt. Und kurz darauf kam die Meldung, dass er sich mit Corona infiziert haben soll, obwohl er selber noch gesagt hat vor einem Jahr, dass Corona vorbei wäre und es kommt noch nie wieder, hat halt so ein bisschen verkackt, der Bernd. Ja, aktuell ist auch noch so ein bisschen Stimmung gegen Südafrika, wo das eh Quatsch ist, das Ding ist eh überall, weil in Südafrika wurde es entdeckt, vermeintlich, weil die auch da einfach gut geguckt haben. Und auf der anderen Seite, erinnerst du dich eigentlich noch ganz an den Anfang, als diese ganze Corona-Sache noch so ein bisschen China-Asien intern war? Ja. Und dann tatsächlich so noch latenter Asien-Rassismus war so, oh, guck mal, auf der Straße, wenn da, das war tatsächlich am Anfang so, dass es hieß, in Amerika wurden tatsächlich Asiaten zusammengeschlagen und sowas. Also, das ist echt hart. Dumm einfach. Und jetzt sind es die Südafrikaner, jetzt kommt hier die Antwort aus Südafrika, die Rache, die neue Variante. Irgendwann gibt es die German-Variante, weißt du? Hm. Und da werden die manchmal verprügelt, die Deutschen. Hm. Können Sie mal sehen, was das ist. Die deutsche Variante steckt dich dann in Lager. Wahrscheinlich, ja. Als schweren Verlauf. Nicht nur ansteckend, auch in Lager steckend. Und? Aber ich habe auch von Leuten gehört, die nicht mal irgendwie chinesisch sind, sondern irgendwie nur koreanisch oder so. Ja, ja, klar. Die gemeint haben, irgendwie sie wurden von Leuten angefeindet. Hier. Also, ich dachte, du warst das. Ja. Ja. Koreanisch ist ein übelst gutes Stichwort. Ist jetzt nicht so die Riesenmeldung des Monats gewesen, aber ich fand das sehr spannend. Und zwar ist jemand aus Nordkorea rausgegängst. Ah, geflohen, ja. Stimmt. Und, ähm, aber dann, die interessantere Meldung für mich war, ich suche es gerade, ähm, dass jemand in Nordkorea auf einem USB-Stick reingeschmuggelt hat, Squid Game. Ja. Und Squid Game ist halt aus westlicher Sicht eher so eine Kapitalismuskritik. Mhm. Aber aus Nordkorea-Sicht ist das ja, oh, guck mal, und es gibt ja auch eine Nordkoreanerin in der Serie. Die, ähm, ich weiß es nicht ganz genau, die halt aber auch aus Nordkorea, glaube ich, geflohen ist und ihrem kleinen Bruder irgendwie ein neues Leben ermöglichen will. Ah, hier, jetzt habe ich es gefunden. Genau, und, ähm, die Person, die Squid Game geschaut hat, beziehungsweise es halt auf dem USB-Stick hatte, wurde jetzt getötet. Und zwar mit Firing Squad. Also so, stellst du dich an der Wand und fünf Leute schießen auf dich drauf, weil ein Schuss in den Kopf reicht eventuell nicht, ja. Man muss auf Nummer sicher gehen. Es gibt jetzt tatsächlich auch die Methode in den USA, dass von den fünf Pistolen nur vier geladen sind, damit jeder von sich sagen kann, irgendwie, des Gewissens wegen irgendwie, meine war vielleicht gar nicht geladen, ich habe gar nicht den Tod geschossen. Ja, aber man sieht doch dann aus welcher Waffe er vorher schießt. Oh, ja, Alter, das ist ja schon wieder so dumm. Wir machen jetzt hier was ganz, ganz Unmoralisches, aber wir machen so einen kleinen Twist rein, damit es vielleicht okay ist. Ja, eben, und das ist dann so ein Ding. Bei einer Person, wenn die jemanden da schießen muss, ist es schon was anderes, als wenn da fünf stehen. Dann kann man das ein bisschen abwälzen, so die Verantwortung und die Moral. Und der, der, der es reingeschmuggelt hat, wurde hingerichtet, dann haben sechs das, nee, sieben Leute haben das geschaut. Einer hat irgendwie lebenslang gekriegt und fünf davon vier, fünf Jahre harte Arbeit, was auch immer das heißt, vielleicht dann auch so. Jobcenter oder so. Genau, genau. Und die Lehrer an der Schule, die wurden gefeuert, weil die das, keine Ahnung, nicht haben kommen sehen oder so. Das war erstes Semester Lehrabend, dass du kontrollierst, was die Schülerinnen und Schüler für Serien gucken. Auf jeden. Das ist auf jeden Fall ein wunderschönes Land. Was für Konsequenzen. Also ich habe auch, man hat ja viel gelesen davon, dass auch die ganze Familie dann eingesperrt wird für irgendwelche Vergehen. Das kann auch sein. Und eine Generation später auch noch dann irgendwie, dass dann, wenn du in dem Lager irgendwie noch Kinder zeugst, dass die ja auch dann auch ihr Leben lang da drin bleiben müssen. Sippenhaft heißt das. Ja, na genau für die Leute, die halt flüchten, ist das ein sehr relevantes Ding, weil die überlegen sich dann wirklich zehnmal, flüchte ich jetzt und meine Familie stirbt dann hier oder was auch immer. Also machen das wahrscheinlich auch eher nur Leute, die gar keine Familie haben oder so. Aber Nordkorea, ein wunderschönes Land. Da will ich viel lieber wohnen, als in dieser Meinungsdiktatur Deutschland. Das ist ganz schlimm hier. Links und rechts werden uns die besten Männer und Frauen weggenommen. Kimmich zum Beispiel jetzt auch irgendwie von Bill Gates angesteckt worden. Was ist da los? Kimmich, ja stimmt. Das war ja ausgerechnet der Spieler, der sich nicht impfen lassen wollte. Und wenn ich mich reinversetze in so einen komischen Querdenker, ja, und da liest die Nachrichten, dass gerade die Menschen, die sich halt irgendwie dagegen wehren, sich impfen zu lassen, wie halt Höcke und Kimmich und so, dass die jetzt infiziert sind, könnte man jetzt anfangen zu sagen, ja, ja, das waren jetzt Kritiker, die wurden jetzt irgendwie infiziert mit einem Virus, obwohl die das gar nicht haben und die wollen das jetzt aus dem Weg schaffen. Könnte man jetzt meinen. Aber ich sehe es eher so, dass der Virus irgendwie, der ist gerade so aktiv und so viele Menschen haben gerade Corona, dass es einfach keine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, dass halt jeder das mal kriegen kann. Und jetzt eben auch die, die in der Öffentlichkeit standen und dagegen gewettert haben, wie Kimmich und Höcke, die ich nicht in einen Topf werfen will. Also Kimmich ist ja jetzt kein Corona-Leugner, im Gegenteil. Er macht ja auch irgendwie Aktionen gegen Corona und so, weil er doof ist, dass er sich nicht impfen lassen will. Aber Höcke ist ja so ein richtiger, irgendwie Corona, entweder Corona gibt es gar nicht oder es ist schon wieder weg. Im Sommerinterview hat er gesagt, Corona ist vorbei. Genau, und es kommt noch nicht wieder so und, ja. Jetzt wissen wir, wo wir stehen. Der Bernd. Corona ist over, Party. Aber auch Beatrice Egli hier lehnt Impfung ab, angeblich, die Schlagersängerin. Na, geil. Mein Herz, es brennt, wenn ich dich sehe. Schlagermusik, bin ich ganz dabei. Wenn sie jetzt auch Corona bekommt, dann wissen wir, aha, die wollen sie nur aus dem Weg schaffen, auch wenn sie überlebt. Also ich würde die auch aus dem Weg schaffen wollen. Ach, das ist, glaube ich, ganz okay. Also ich sage mal, Schlagermusik ist scheiße, Malle-Musik bin ich dabei. Ja, selektiv. Das liegt nicht daran, dass ich gerade einen Malle-Hit mache, mal wieder, aber... Aha. Nee, ich finde halt, also Schlagermusik ist halt dieses zähe Kaugummi-Blarmucke. Natürlich kann die auch so ein bisschen mehr abgehen, so atemlos oder sowas. Die Flippers. Aber Malle-Musik ist halt einfach so, es riecht gute Laune einfach. Ist mir zu billig. Also es ist mir immer so, das ist so langweilig. Die Musik ist so leicht programmiert und immer die gleichen Schläge und so. Geil. Wenn es ironisch ist, sowas wie hier Rudi, Rudi, das Rüsselschwein oder Jan Jester, dann ist es lustig. Aber wenn die irgendwie von zehn nackten Friseusen singen und die Regenwürmer, die husten, dann bin ich da raus irgendwie. Das ist mir zu... Weißt du, du bist halt nicht mehr Kind geblieben, Tino. Das ist einfach... Du bist zurückgeblieben. Johnny Depp, 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 Johnny Depp, Depp, Depp. Das ist doch einfach... Oder Hup, Hup, Hup. Schau mal, Schau mal, Schau mal, macht ein Helikopter, ein Salze. Ja, großartig. Weiß ja nicht, das raffe ich halt nicht. Wie Kindheit. Ich habe in der Kindheit andere Musik gehört, ja, aber nicht sowas. Da habe ich Anime-Hits gehört. Na gut. Ich hatte drei Alben mit Dragon Ball Z und Pokémon und so. Alter, die Dragon Ball Alben hatte ich auch zwei Stück. Ich auch. Sieben ist unsere Zahl, unsere Zahl. Ja, spiel mit deiner Kraft. Doch, ja, sagt mir auch was. Ich bin müde, mein Kopf ist leer. Übergeil, Alter. Das ist aber Digimon, dachte ich, oder? Nee, das ist das letzte Lied auf der ersten oder zweiten Dragon Ball. Ich vertauschte immer, weil ich halt echt alle hatte. Oder alles, was ich will. Das sind alles so Songs zu Fred. Also auch die Stimmen dahinter. Ja, Fred Röttcher und Frank Schindel und so, wie sie alle heißen. Der hat eine Liste geschrieben, ne? Genau, der ist das. Schindels Liste mit den besten Digimon-Songs. Oh Gott. Ja. Genau das. Gut, ja, genau das. Aber auch zum Thema eine Liste anfertigen. Ja. Ist das diese Liste hier zufällig? Ja, genau, die MinisterInnen-Liste ist jetzt geleakt worden, also wird er veröffentlicht. Die Ampelkoalition steht... Die ist mit Absicht geleakt worden. Genau. Die Ampelkoalition steht wohl von SPD, Grüne und FDP. Und viele behaupten, dass die Ampel ja auf Gelb steht, so. Und dem ist auch ein bisschen so. Aber wenn man mal guckt, was sie jetzt alles umsetzen wollen. Aber wenn man hier allein nach Zahlen geht, FDP 4, Grüne 5, SPD 6, nee, 7 sogar. Na gut, Kanzler ist dabei, aber... Aber FDP hat irgendwie Verkehrsministerium, finde ich halt kacke. Also das hätte ich gerne bei den Grünen gesehen so ein bisschen. Aber na gut, ist auch eine Geschmacksfrage irgendwie. Dass du Verkehr sehen willst, ist wieder klar. Ja, keine Frage. Ja. Nee, also was ich gerade sagen wollte ist, dass ich, was man jetzt so liest, dass das Abtreibungsverbot oder dieses Ähm, Ärzte durften ja bisher nicht Werbung machen dafür, dass sie Abtreibung machen und darüber informieren auf ihren Webseiten. Das wurde abgeschafft, man darf darüber wieder aufklären. Dann ging es um Cannabis, wird legalisiert und so weiter. Das darfst du nicht so übergehend hin und das war die Nachricht der Woche für viele. Ja, es sind jetzt Sachen, die echt gut laufen und du merkst halt, 16 Jahre Merkel waren schon irgendwie ein Stillstand. Klar, die Ehe für alle wurde eingeführt, aber es geht eben doch mehr, wenn du jetzt guckst, was die Ampel da vorhat. Und ja, sie haben vieles auch nicht gemacht, so Tempolimit und so machen sie nicht und andere Dinge, die sie versprochen haben. Aber ja, ich bin, ich finde es, es ist ein guter Anfang und bin optimistisch, dass sie auch die Sachen einhalten, die sie jetzt versprochen haben. Die German Autobahn ist ja auch eine Sehenswürdigkeit. Also da kommt ja ganz Europa, die ganze Welt travelt hierher. Ja, die braucht doch keiner, diesen Tourismus. Wir haben noch so viele andere Sachen. Wir müssen das nur clever nutzen. Wenn wir da am Straßenrand irgendwie, weiß ich nicht, was aufstellen, weiß ich nicht. Glitzer. Ja. Schöne Fotos, so als Erinnerung. Ja, wie so bei einer Achterbahn oder so, weißt du, kannst du dann am Ende bei der Abfahrt kannst du kaufen. Hier, guck mal, das bist du mit 300 Sachen querfeldein. Ja, ich habe eine Idee, wir machen einfach kein Hemolimit. Wir machen einfach ab 130 wirst du geblitzt. Also bekommst du ein Erinnerungsfoto von der Autobahn, was halt viel Geld kostet. Das ist dann eine Challenge. Ach so, dumm. Ja, aber... Umframe einfach, umframe. Das ist Politik. Ja, aber dann fahren ja die Reichen mit 300 lang und die ganzen Armen mit 100. Ja. Ach, scheiße. Es gibt ja auch viel mehr Arme als Reiche. Hm. Es gibt aber zum Glück nicht mehr Arme als Beine. Ähm, wie sind wir denn sonst zufrieden? SPD, Kanzleramt, überrascht dich das? Natürlich nicht. Also, das ist Scholz mit meinem klar irgendwie. Es wäre möglich gewesen, dass sie auch gesagt hätten, okay, wir nehmen doch Baerbock oder Habeck von den Grünen. Aber das macht halt keiner. Das wäre ganz... Die Partei mit den nächsten Eiern ist immer die mit den meisten Stimmen und die haben ja dann den Kanzler so. Und spannend ist, wir haben jetzt mit Annalena Baerbock die allererste Außenministerin. Das gab es vorher noch nicht. Mhm. Weibliche Personen an der Stelle. Alter, ja, weißt du, ich glaube, das ist jetzt schon wieder zwei Wochen her, aber wir können ja auch die letzte Woche mit reinnehmen, weil wir da nicht gesendet haben. Ja. Und zwar ist jetzt das allererste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten eine weibliche Präsidentin gewesen. Weil Biden seine Kraft abgegeben hat an Harris, weil er eine Darmspiegelung gemacht hat. Ja. So, für ein paar Stunden oder so war sie dann Präsidentin quasi. Das läuft so für Vizes, ne? Ja. Wenn du mal in Narkose bist oder so hast du eine Operation oder bist im Urlaub oder so, dann kommt die Vizeperson an die Macht. Und wir hatten mal ganz kurz in Deutschland Philipp Rösler als Bundeskanzler. Oha. Fipsi Rösler von der FDP, als Merkel im Urlaub war. Schrecklich. Ja. Und herzlichen Glückwunsch. Harry. Da sieht man wieder, dass die Patriarchy, ne? Eine Frau kommt nur an die Macht, wenn der Mann kurz mal was langes im Arsch stecken hat. Und ich weiß auch, dass so Imp und so, dass ich manchmal lustig mache in den Storys über so Funkbeiträge, wenn sie halt sagen, achtet mal auf Hollywoodfilme, auf die Rollen der Frauen so. Guckt mal drauf, wie viele Frauen sind in einer Szene zu sehen und reden sie nur über Männer und da haben sie auch andere Themen. Und da fällt eben schon auf, das ist ein Hollywoodfilm, wenn Frauen sich unterhalten, geht es immer um Männer. Das ist aber jetzt, das ist ja jetzt übelst pauschalisiert. Es gibt eine Million Hollywoodfilme. Es ist aber auffällig. Also wenn du ins Kino gehst. Ja, es ist auffällig, wenn dir Funk da fünf Beispiele vorlegt und dann nicht zehn Gegenbeispiele. Achte mal drauf, ohne Spaß. Guck dir mal so auch eine Serie an oder so bei Netflix, keine Ahnung, bei so großen Produktionen oder irgendwelche Blockbuster. Wenn man drauf achtet, fällt es einem wirklich auf. Bei Männern geht es halt immer so ein bisschen um die Geschichte vorantreiben und so und die brochene Lösung. Und Frauen, wenn mal zwei Frauen in einer Szene zusammen sind, geht es immer um einen Mann oder um einen der Männer. Ich zweifle das an dieser Stelle an. Versuch es mal. Es ist auffällig oft, natürlich nicht immer zu 100 Prozent, aber es fällt krass auf. Das ist nur zu dem Thema. Wir haben zuletzt über Squid Game geredet. Alleine da gibt es eine der allerbesten Szenen, in denen zwei Frauen mit miteinander reden und da geht es null um. Das ist auch keine Hollywood-Produktionen, Squid Game. Ach so. Das ist ja, wo ist das her? Südkorea oder so. Mhm. Die haben auch nochmal eine andere Kultur und die haben andere Probleme bei ihren Filmen, aber ich sag nur, das ist... Ich würde fast sagen, Südkorea hat noch ein schwierigeres Frauenbild als Amerika. Ja, die haben auch Probleme, keine Frage. Egal. Ja, Kanzler, wow. Und dann die große Überraschung. Wake and Bake, Alter. Ja. Cannabis. Leute, ihr dürft endlich legal Gras rauchen und kaufen und ich bin sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Also, ob es dann auch so Coffeeshops gibt oder ob einfach die Dealer alle eingeladen werden, die sie gerade beobachten und die einfach anstellen und umschulen. Also, für mich ist das auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite finde ich das natürlich richtig gut, dass keiner irgendwie geknechtet wird, weil er irgendwie ein Gramm Gras dabei hat. Was soll die Scheiße? Und dann irgendwie, weißt du, da bist du ja auch ewig, wenn du irgendwie mit leicht angekifftem Zustand am Fahrzeug irgendwie, äh, am Fahrzeug, am Fahren erwischt bist. Ich weiß nicht genau, ja, ich labere jetzt wahrscheinlich wieder Scheiße, aber dann kann ja irgendwie dein Führerschein weg sein, musst in so eine Maßnahme rein, musst das irgendwie alles selber bezahlen. Es sind tausende Beträge gewesen, die da zusammenkommen und sowas. Das wird sich vielleicht auch nicht ändern, aber es finde ich halt tatsächlich ein bisschen schwierig, ähm, weil, ähm, ich glaube, das lässt sich länger nachweisen als Alkohol oder so. Ja. Und, ja, ist alles ein bisschen schwierig. Aber was für mich die eigentliche Sache ist, ich war in Amsterdam und da hatte ich abends schon teilweise den Zustand oder die Wahrnehmung, dass da alles so ein bisschen träger ist. Ja. Ja, also, das wird natürlich jetzt nicht in dieses Extrem umschwenken und das ist auch Amsterdam, das ist nicht ganz, äh, Niederlande so, weißt du, aber, also dieses Gefühl von, okay, hier wird das richtig zelebriert und dann sind das aber alles wirklich so ein bisschen klischeehaft, so ein bisschen Hänger, die dann eher so an der Ecke rumchillen, wie MCM und, äh, eher nicht so aktiv sind, sag ich mal. Das finde ich ein bisschen schwierig, aber das heißt ja nicht, dass das so wird, ja. Ähm. Das finde ich besser als, als Besovskis auf der Straße, die anpöbeln. Ja, okay. Ich wäre lieber so eine Gruppe von Jugendlichen, die so, äh, äh, chill. Natürlich, natürlich. Ich wäre lieber als jemand, der seinen Pimmel rausholt und mir vors Bein schlägt. Ist echt passiert. So. Ist witzig. Naja, geht so. Ist auch kein schöner Penis und kein schöner Mann. Wenn es Harry Styles gewesen wäre, ja. Ja. Ist auch ein Problem, ja. Na, guck mal, da ist, das ist wieder ein Bias. Ich lasse mich gerne von schönen Menschen vergewaltigen. Ja, ja, nicht vergewaltigen, aber ja, ich wollte es auch gerade sagen, es ist ein bisschen so. Ja. Gut. Also ich hatte auch Harry Styles nicht das Recht, mit seinem Pimmel vor mein Bein zu schlagen. Aber du räumst es ihm hiermit offiziell ein. Ja, weil ich ihn einfach heiß finde, so. Da ist dann der Konsens schon vorher da, weißt du. Aber wenn jetzt irgendwie so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Uwe, irgendwie der Mitte 50. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Der zum Beispiel mir seine Hoden da vor das Bein schlägt, dann will ich es einfach nicht. Aber auch schon vorher nicht. Also ich stehe halt nicht auf dicke alte Männer. Weil du so oberflächlich bist, weißt du. Der Uwe kann in sich drin so ein wunderschöner Mensch sein. Und du oberflächlich, wie du bist, sagst, nee, der hat mir jetzt hier ein Barthaar zu viel und da ist irgendwie ein bisschen zu viel Spucki drin. Da möchte ich nicht seinen Penis am Bein haben. Ich muss aber auch sagen, ich habe lieber, also bei einem Penis vorm Bein will ich lieber auch einen schulden Menschen vor mir haben, der ist mir seinen inneren Wert ja voll egal. Da will ich ja, wenn er heißt, es ist ja eine sexuelle Aktivität in dem Fall, ein One-Night-Slap-Stand, weißt du, One-Night-Slap oder so. Da will ich dann viel lieber, dass die Person hübsch ist. Natürlich, ja, aber einfach, weil es meine Präferenz ist. Ja, also verurteile mich nicht, wenn ich fette Frauen nicht gut finde. Was heißt gut finden? Was heißt fett? Fett heißt halt wirklich fett. Du meinst so, 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 so krank. Elke. Elke, ja. Es ist nicht gesund. Ja, sicher. Aber die Ärzte würden Elke heute nicht mehr schreiben übrigens. Ich weiß nicht, in welchem Interview es war, aber ich glaube, die spielen das auch nicht mehr. Ja, aber mein Gott, Alter, es ist eine fiktive Elke. Und du siehst ja auch im Musikvideo, dass die halt wirklich einfach so... Die gab es wirklich. Echt? Klar, kennst du die Geschichte nicht? Achso, nee, die kenn ich nicht. Die hatten so zwei weibliche Fans, die halt sie so ein bisschen gestalkt haben, haben im Studio angerufen, ständig alle fünf Minuten so. Und die haben auch Fotos von sich geschickt irgendwie. Und es war da zwei dicke Mädchen so. Also sehr dicke Mädchen. Dann hat Farin irgendwann gesagt, am Telefon, wenn du noch einmal anrufst, schreibe ich einen Song über dich. Aufgelegt. Ja, das macht es aber doch noch besser. Ruft wieder an, kichert und sagt, Farin, du hast es ja nicht anders gewollt. Zack, entstand Elke. Die fette Elke. Und auf Konzerten, weiß ich mal, so in der ersten Reihe, hat es übelst gefeiert immer den Song und Farin dachte, ach fuck, irgendwie ging es nach hinten los. Aber irgendwann hat Farin den Song so aggressiv gesungen und sie angeguckt dabei, dass sie heulend rausgerannt ist. Er hat sie seitdem nie wieder gesehen auf dem Konzert. Das ist aber kein gutes Community-Management. Ja, also Farin ist, das weiß ich aus persönlichen Quellen, auch nicht der angenehmste Zeitgenosse. Der ist jetzt nicht so entspannt wie jetzt Bela oder Rot zum Beispiel. Naja, also wenn die da vorne für drei Leute Platz wegnimmt, weißt du, dann werde ich auch unentspannt. Wie ein Flugzeug. Weißt du, als wir vor einem halben Jahr so das Thema hatten, dass übergewichtige Menschen mehr Geld zahlen sollen im Flieger. Man kann es vielleicht so objektiv nachvollziehen, wo der Gedanke herkommt. Das ist ein Filmfestival. Was denn? Kann es. Achso. Sorry. Die kommt von Johnny gerade. Hä? Passt perfekt. Ja. Ja, ich kann es nachvollziehen objektiv, den Gedanken, aber ich finde, man sollte Menschen trotzdem gleich behandeln, weitgehend. Das, ja, aber das, also, nee. Ja, aber, nein. Naja. Gleiche Rechte, ja. Aber nicht gleiche Rechte bei, ich gucke dich an und finde dich attraktiv. Nein, natürlich nicht. Kannst du nicht verlangen. Das war ja auch bei dieser Superstraight-Bewegung, ja, dass irgendwie so Männer sagen, sie wollen nur richtige Frauen. Was denn richtige Frauen? Also Cis-Frauen halt, die auch so geboren sind. Also Superstraight sind Männer, die wollen halt nur mit Frauen verkehren, die als Frauen geboren sind und keine Frauen sind, die erst später entdeckt haben und umgewandelt worden sind, so. Und es ist zwar irgendwie eklig, sich Superstraight zu nennen, so und dann so das abzuwerten, aber ich finde es okay, wenn jemand sagt, er steht eben auf Cis-Frauen, so. Okay. Das muss ich ganz nachvollziehen, dass man diesen Gedanken hat. Solange man Transfrauen als Frauen akzeptiert. Ja, klar. Man darf aber trotzdem sagen dürfen, da stehe ich nicht so drauf, wenn es halt keine gebürtige Vagina ist. Also da muss ich aber sagen, kann ich auch verstehen und von mir aus, aber warum muss man das gleich in so ein Movement verpacken, so, ey, wir sind jetzt hier Superstraight, so, warum muss man das überhaupt benennen? Mach halt, wie du Bock hast, so. Ja, klar. Ja, weil auch die sich da natürlich abgehängt fühlen, ja, alle haben irgendwie Flacken und Fahnen und ein Pride-Month und so, das brauchen Heteros auch. Die Brüste von Elke fühlen sich auch abgehängt. Ja. Aber ich kann ja mal alle Staaten aufzählen, in den Heterosexuelle oder Superstraight-Menschen diskriminiert werden. Fertig. Hatten wir jetzt das Kyle Rittenhouse-Ding hier eigentlich zum Thema gemacht? Nee, ne? Er wurde freigesprochen, aber ich weiß gerade nicht, ob wir es mal gesprochen haben. Ich glaube, da konnten wir nicht drüber reden, weil das auch innerhalb von der Woche Pause war. Wir hatten das im Podcast angesprochen, aber nicht das Urteil. Da gab es das Urteil, glaube ich, noch nicht. Soweit ich weiß. Kyle Rittenhouse war derjenige, der bei den Black Lives Matter-Demonstrationen zwei Menschen erschossen hat. Er ging wohl mit einer Maschinenpistole auf eine Demo, was schon mal ein total normaler Move ist. Wer macht das nicht? Mit einer Maschinenpistole auf eine Demo gehen. Der wollte den Laden beschützen, da irgendwie vor Ort. Und dann kamen ihm wohl irgendwelche Black Lives Matter-Demonstrantinnen entgegen und hat wohl dann zwei niedergeschossen, so aus Angst und dachte, dass sie ihn umbringen wollen. Laut gerichterlichem Urteil aus Notwehr jetzt. Also sag das bitte auch, sonst deadnamest du diesen Prozess oder so. Es ist halt lächerlich. Nee, diesen Straf-Sachverhalt. Es ist lächerlich. Du gehst doch nicht mit einer Knarre auf eine Demo und heulst da, wenn du Leute umgeschossen hast und sagst, das wolltest du eigentlich überhaupt nicht. Wenn du keiner schießen willst, bringst du keine Waffe mit dir mit auf eine Demonstration. Jein, aber ja. Also die ganzen Securities bei G8 wollen ja jetzt auch keinen erschießen, haben aber eine Waffe dabei. Was sind die Securities? Ja, ich sag ja nur. Das sind Profis. Der sieht sich ja selber auch als Security. Der hat ja innerhalb von so einer, nicht Miliz, sondern so eine Privat-irgendwas. Also das war schon auch so eine angeheuerte Gangster. Nicht Gangster, weißt du schon, so eine Squad, die halt den Laden verteidigen sollen. Da bin ich super straight und akzeptiere nur richtige Sicherheitskräfte und nicht jemand, der sich halt irgendwie eine Waffe umtut und dann sich irgendwie Suicide Squad nennt und dann damit so, weiß ich nicht, da auf eine Demo rumläuft, ohne dass das darf. Ja. Klar, Cops und Polizisten, ja so Bundeswehr, dass die mit Waffen rumlaufen, wenn die im Einsatz sind oder im Dienst sind, die wissen halt, was sie machen müssen so und wann sie reagieren sollen. Aber so ein, wie alt ist denn, der 17, weiß ich nicht, der war minderjährig, der mit einer Maschinenpistole auf eine Demo läuft, so und auch auf, der war ja auch eher Anti-Black Lesbender zu dem Zeitpunkt, da rumläuft, dann, weiß ich nicht, es ist vorlässige Tötung. Nichts anderes. Es ist vorlässige Tötung, wenn nicht sogar Mord. Ja, also wir hatten das auf jeden Fall angesprochen, dass der Richter da so ein bisschen den Klingelton von Trump hatte und so, dass dieses Ganze alles von Anfang an ein klein wenig eine Farce war und gelaufen war das Ding dann, als der Strafverfolger den Rittenhouse gefragt hat, ob er denn nicht Call of Duty spielt und dann sagt er, nee, eigentlich nicht so, maximal bei einem Freund so und dann, oh shit, ja, dann war das das jetzt mit unserer Verfolgung. Verfolgung hier. Ich höre das nicht. Ja, also das war von hinten bis vorne nicht gut, aber er wurde freigeschlobbrochen und das Thema ist jetzt erstmal durch. Es hieß dann, als das rauskam, das war, ich glaube, letzten Samstag oder so, da hieß es dann überall im Internet, oh shit, hier, also dieses, ich weiß nicht genau, wie die Stadt hieß. Da müssen wir jetzt aufpassen, die brennt dann morgen, aber es ist tatsächlich nicht so wirklich was passiert, keine Ausschreitungen oder sonst was, also ist dieses Kapitel jetzt erstmal abgeschlossen. War überraschend, aber es waren ja auch, jetzt glaube ich, keine schwarzen Opfer, ne? Ich glaube, da wäre es nochmal heftiger wahrscheinlich gewesen, dann hätte man ihnen nochmal mehr Hassverbrechen vorwerfen können, aber ich glaube, die Opfer waren Weiße. Ach so, also wenn das Schwarze gewesen wären, wäre es okay, die Stadt anzuzünden, bei Weißen nicht. Nee, dann hätte ich, glaube ich, also ich glaube, dann hätte es echt passiert, so mit den, mit den Riots, so. Ich glaube, dann hätten die wieder gesagt, oder auch zu Recht, irgendwie, ja, es wurden wieder Schwarze, äh, tot gemetzelt, so, und es gab keine Konsequenzen. Aber da merkst du schon einen kleinen Bias von dir, oder? Nee, nee, nee. Ich finde es in jedem Fall nicht gut, dass er komplett freigesprochen wurde, auch, ja, also es, es war schon auch Notwehr, da gehe ich auch mit, man sieht ja im Video genau, was passiert, aber. Der ist mit der Waffe gelaufen. Das ist doch schon eine Publikation an sich. Ja, es ist alles, es ist ein zweischneidiges Schwert, alles. Er ist über Staatsgrenzen mit einer Waffe, die Staatsgrenze heißt aber auch nur, dass er halt, der wohnt da direkt, weißt du, er ist quasi nur einen Kilometer rüber, das andere ist, dass, äh, der da auch irgendwie arbeitet in der Stadt, wo er hin ist, das ist halt alles so ein, hm, ne, ist nicht so ganz, aber, also zumindest eine kleine Sache hätte man dem schon irgendwie, weißt du, muss ja nicht fahrlässige Tötung, aber irgendwas so ganz frei von allem sprechen, finde ich schwierig. Mhm. Und, ähm, was würde ich sagen, also dieser Bias, dass man sagt, okay, wenn es jetzt Schwarze gewesen wäre, hätte ich mehr Toleranz dafür, wenn die Stadt brennt. Nein, ich habe gesagt, ich hätte dann, also ich glaube, dass es daran liegt, dass es so ist, dass wenn, wenn Schwarze in den USA ermordet werden, dann ist doch mal, dann gehen die Glocken eher an, als wenn es halt zwei Weiße sind, das kann schon sein, weil ja das ja auch mehr im Fokus ist und es ja auch so ist, vor allem Zahlen her, dass man als Schwarzer wahrscheinlich ja irgendwie abgesch, also erschossen wird, auch von der Polizei, als wenn du weiß bist, das ist ja auch jetzt kein Geheimnis und so, das, das meine ich jetzt objektiv gesprochen, ich hätte es gut gefunden, wenn sie trotzdem Riots gemacht hätten irgendwie oder darauf aufmerksam gemacht hätten, dass das Urteil nicht okay ist, weil der, der E17, der darf keine Waffe tragen, oder? Ich dachte, man darf das mit einem 20 Waffen besitzen und Waffenschein. Ja, das ist Amerika. Ich finde, schon dafür sollte man eine Strafe kriegen, auf eine Demo gehen, bewaffnet, ohne dass du es darfst. Ja, aber das ist halt trotzdem Amerika, also ich glaube schon, dass er das hätte, also ich bin mir nicht sicher, weil 17 ist schon sehr jung, aber ja, da kann ich jetzt nur Falsches sagen wahrscheinlich. Aber er wäre dafür wahrscheinlich, oder hätte eine Geldstrafe mindestens bekommen, wenn er das nicht dürfte, aber ich glaube das nicht. Wer auch vieles nicht glaubt, das sind FPÖ-Politiker in Österreich. Oh ja. Und es gab jetzt einen, der hat dazu aufgerufen, dass man ein, wie heißt das so? Ein Entwurmungsmittel. Ein Entwurmungsmittel für Pferde einnehmen soll. Iver Meztin. Gegen Corona. Und da gab es jetzt auch schon irgendwo die ersten Toten, die das nachgemacht haben. Und ich finde es halt krass, dass solche Corona-Gegner Impfungen ablehnen, weil sie, weil die nicht gut erforscht sind, die Impfungen, aber werfen sie so ein Entwurmungsmittel rein, was überhaupt nicht erforscht ist bei Menschen. Das ist ein Bias für mich so. Ich finde ja am erstaunlichsten, dass das ein halbes Jahr gedauert hat, bis es von Amerika hier rüber geschwappt ist. Ich meine, das ist jetzt für, ich weiß nicht, was für ein Tier genau. Ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall nicht für Pferde. Das war ja in Amerika das Ding. Pferdeentwurmungsmittel und hier ist es für was auch immer. Und das hat aber lange gedauert, bis das hier angekommen ist. Und auch, Alter, ich habe jetzt, in meiner Familie ist jetzt auch so ein Fall, eine Person, die zum Glück gar keinen Anschluss an Telegram und Internet so hat. Aber selbst die Person hat mir halt jetzt so einen Zettel zugesteckt. Hier, guck mal da, dieses Telegram an und so. Und ich mir gleich so gedacht, ey, ganz, ganz chill so. Ich wette, das ist halt Bullshit. Aber ich gucke es mir mal an und ich gucke rein und was ist es? Natürlich ist es Bullshit. Und ganz oben angepinnt, du kannst ja bei Telegram groben oben anpinnen, dass du da jederzeit draufdrücken kannst und zu dieser Nachricht springst. Angepinnt war, yo, guckt euch diese Lebensmittel an. Superfood, kaufen, hier, Link. Das heißt, 80.000 Leute hat diese Gruppe, Alter. Jeder, der da jeden Tag reingeht, sieht immer oben das angezeigt. Und die verdienen sich einen Arsch voll Geld, indem sie da Leute verarschen. Das ist einfach nur dumm. Das heißt, die Person hat einen Telegram-Beitrag ausgedruckt, ist dir zugesteckt, ja? So ähnlich. Nein, einfach nur die Telegram-Adresse quasi aufgeschrieben. Weil irgendwie jemand anderes hat am Handy so gehangen, hat irgendwie so einen Beitrag abgespielt und so, oh, das ist ein großes Problem. Der Gedanke, oh, das bestätigt meine Meinung. Das muss gut sein. So. Und schwierig. Und direkt aufgeschrieben, hier, guck dir das mal an. Ja. Ja, er war auch noch so diesen einen Bekannten, mit dem ich immer mal schreibe, der irgendwie meint, der ist jetzt geimpft worden und wird bald sterben und so weiter. Oder das ist manchmal, weiß ich nicht, der jetzt irgendwie seine Freundin nochmal alle besucht und Familie und sagt, er ist eh bald tot und so. Ja, Tino, ich habe mich jetzt impfen lassen und ich bin bald tot und ich will mich von dir verabschieden. Ich sage, wieso hast du dich denn impfen lassen, wenn du davor Angst hast? Ja, lieber will ich mich für Giftspritze töten lassen, als mich für Sklaven von Bill Gates. Alter, wunderbar. Wir sind nächstes Jahr spätestens alle Soldaten und so. Und es ist so heftig. Aber das passt ja gar nicht mehr zusammen. Impfen damit, Bill Gates dich nicht. Er will sterben, aktiv an der Spritze. Er denkt, dass es eine Todesspritze ist. Und er denkt eben, dass wir nächstes Jahr eh alle versklavt werden. Und er will lieber tot als Sklave sein. Aber vielleicht lebt er jetzt jeden Tag, als wäre er sein letzter. Das ist auch geil. Win-win. Ja, total. Also es ist wahnsinnig, wie tief man da so reinfallen kann. Dass man echt glaubt, er stirbt bald. Und seine Freunde nochmal alle besucht. Das ist so heftig. Ich hab ihm gesagt, Alter, ich sag's deinen Namen nicht. Wir treffen uns Silvester 2023, oder Neujahr 2023 auf einen Kaffee. Und du wirst merken, alles ist gut. Vielleicht gibt's noch Corona, vielleicht gibt's eine neue Variante, keine Ahnung. Aber du wirst noch leben. Und du wirst noch tausend Spritzen bekommen wahrscheinlich in deinem Leben. Und davon wahrscheinlich nicht sterben. Das weißt du nicht, Dino. Nee, weiß ich nicht. Ich hab da was im Internet gesehen. Ja, weiß nicht. Ich rede ganz gern noch mit ihm, weil er halt einfach vom Herzen ein guter Typ ist. Wir haben echt viel gearbeitet früher. Also auch so musikmäßig gearbeitet. Aber er ist halt... Du, musikmäßig gearbeitet? Ich hab so ein bisschen da... Jam Sessions. Jam Sessions, genau. Triangel. Oder was spielst du da so? Wie heißt das so? Schellenring. Ach so, ja. Pratsche. Pratsche hab ich gespielt. Das war immer der größte Witz, der man das in der Grundschule zugeteilt bekommen hat. Ich fand's nice. In der Grundschule hieß es immer, ich bin derjenige mit dem besten Taktgefühl auf der Schule. Da hat Frau G. Hat immer gesagt, wo ist ein Tino? Er hat das beste Taktgefühl. Da durfte ich in jeder Musikstunde Schellenring spielen. Und Pratsche. Gab's tatsächlich schon ein G in der Schule. Genau. Eine Frau G. Ich muss ja noch eine Sache reinbringen. Sonst köpft Dachinia mich. Und Dachinia ist einfach absolute Ehrenperson. Immer witzig. Immer am Start. Seit Anfang des Streams ist einfach der liebste und beste Mensch. Und hat mich im Stream zweimal gebeten, den Digital Service Act mal anzusprechen. Das mach ich jetzt hiermit offiziell. Das läuft so ein bisschen unterm Radar. Tatsächlich auch auf YouTube findet man gar nicht so viel dazu. Das ist vielleicht noch nicht so in aller Munde. Oder vielleicht ist es auch, weiß ich nicht, nicht relevant genug. Wobei das eigentlich nicht richtig ist. Das ist quasi nochmal so ein weiterer Step nach Artikel 13, 17. Also jetzt 17 ehemals, 13. Und ist halt auch so ein geplantes EU-Internet-Reform-Ding. Und das hat es ganz schön in sich. Aber irgendwie findet es noch nicht so statt. Also es gibt auch schon so richtige, ich will es fast Propaganda-Videos nennen, wie toll das doch ist. Die sind elf Monate alt. Also seitens der Green Party in der EU habe ich gefunden. Und also das, was da angesprochen wird, also das kratzt ja nicht mal in der Oberfläche. Ich kann das mal ganz kurz hier zusammenfassen. Es soll halt das alles sehr viel strenger machen, dass die Plattformen für das haften, was die Nutzer dort hochladen. So, das ist insofern schwierig, weil, und dieses Beispiel wurde auch, ich glaube, Fokus oder Spiegel, irgendein Artikel war das. Da war dieses Beispiel drin, dass Gerichte ja teilweise jahrelang darüber überlegen, war jetzt eine gewisse Aussage, eine Beleidigung oder nicht? Besteht da Tatbestand oder nicht? Aber Plattformen sollen das halt in Zukunft sofort innerhalb von 24 Stunden runternehmen, wenn es halt irgendwie eine Bedrohung für die Öffentlichkeit oder sowas. Also es ist alles ein bisschen schwammig. Ist dann natürlich die Frage immer, wie das ausgelegt werden soll. Und das soll wirklich alle betreffen, außer die, die komplett neutral dem Inhalt gegenüberstehen. Und bei Livestreams und Sportveranstaltungen und Unterhaltungsevents sollen binnen 30 Minuten gesperrt werden. Also innerhalb von 30 Minuten, das ist die tolerierte Zeit, die man hat, bevor man selbst als Plattform haftet. So 30 Minuten. Okay. Das geht halt, ja eben, das geht halt auch wieder nur durch Uploadfilter. Da kannst du nicht eine Milliarde Menschen hinsetzen und es würde trotzdem nicht funktionieren. Du weißt ja, wie viele Stunden Content geht, dass es jede Minute irgendwie bei YouTube hochgeladen wird. Und ja, also der Haftausschluss ist halt so ein Ding, das greift dann halt nicht mehr. Und das ist halt einfach schwierig. Also wir hatten das ja auch bei Artikel 17, dass es heißt, yo hier, ich habe hier eine Wohnung, hier kommt jemand rein, er schießt dich. Geht wieder raus. Und ich bin der Blöde, weil ich habe ja die Wohnung dafür gestellt. Ja. Das ist schwierig. So, ja. Ja, es ist vielleicht nicht ganz so zu, also vergleichend richtig irgendwie, aber ich verstehe, was da gemeint ist. Und ich finde es auch eher schwierig, weil es kann ja, das kann krass missbraucht werden, dass halt jemand, der Facebook hasst, jeden Tag irgendwie zig Holocaust-feindliche Sachen da hochlädt oder um Beleidigungen hochlädt in der Hoffnung, dass Facebook halt dafür haften muss. Ja. Das finde ich halt irgendwie schwierig. Aber das ist halt das Ding, also das kannst du im Endeffekt dann nur durch Upload-Filter in irgendeiner Form machen. Das wiederum ist dann aber unrealistisch, weil du musst ja erstmal irgendwie alles in der Datenbank haben, damit der Filter das erkennt, dass das nichts Gutes ist. Oder du machst es halt, oder du machst es durch irgendwie KI. Also es ist ja jetzt schon möglich, dass, wenn du ein Bild mit Nacktheit hochlädst bei YouTube, dann erkennt das ja anhand der Farben und so und vielleicht auch der Form, das ist höchstwahrscheinlich ein nacktes Bild. Das ist wahrscheinlich ein Schwanz. Und das ist halt echt ein bisschen weird. Aber das macht alles kaputt, glaube ich. Also ich hoffe nicht, dass es durchgeführt wird und du siehst ja eben daran, ist auch nichts Neues, dass halt da Leute an solchen Gesetzen sitzen, die davon keine Ahnung haben. Die sehen vielleicht die Probleme auch. Die wissen halt, dass Urheberrechtsverletzungen stattfinden und Beleidigungen und Hetze und Terror und so weiter, aber begreifen nicht, was ihre vorgeschlagenen Regelungen in der Praxis kaputt machen. Und das sehen die einfach nicht. Das ist schade. Und wir könnten das Glück haben, dass, wenn sie es jetzt einführen sollten, solche Uploadfilter, dass die nächsten Generationen das wieder abschaffen werden, weil sie halt gemerkt haben, das war die falsche Lösung so. Das ist so eine kleine Hoffnung, dass es nur vorübergehend Uploadfilter gibt. Ja. Oder man gewöhnt sich einfach dran an Uploadfilter. Nee. Einfach nee. Das kann aber auch sein. Da muss, nee. Das ist schwierig. Um es noch einmal ausdrücklich zu sagen, was die Tragweite ist, selbst Wikipedia oder Dropbox wäre davon betroffen. Alles wahrscheinlich. Das ist halt schon hart, weil Dropbox, also ich schicke dir irgendwie eine Datei, da ist, was weiß ich, ein Hakenkreuz drin, weil das schicken wir uns halt immer so. Und dann sagt Dropbox, nee, das darfst du ja nicht hochladen, weil das ist dann, als hätten wir jetzt ein Hakenkreuz. Ein Hakenkreuz ist, glaube ich, gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, aber wenn ich dir mal wieder Kinderpornografie schicke oder sowas. Ja. Und dann sagt Dropbox, das können wir jetzt hier nicht machen, weil das ist, als hätte ich die hochgeladen. Oder Urheberrechtsgeschichte, wenn du mir irgendwie einen Song schickst von, weiß ich nicht, Michael Wendler und sagst hier, der Song ist richtig geil. Ja. Und der heißt dann nicht egal und dann sagen die, nee, geht nicht. Ist rechtlich gesehen aber auch irgendwie verständlich. Also man will ja auch nicht, dass halt Songs kopiert werden illegal, weißt du. Von der Sparte verstehe ich es so ein bisschen, dass man diese Maßnahmen ergreift. Auch bei Dropbox. Ja, aber es muss ja trotzdem der Schuldige sein, der das gemacht hat und nicht der den... Ja, genau. Ja, genau. Naja. Gut. Wie bei allem, wie will man das kontrollieren sonst, weißt du. Ich habe es auch bei der Impfpflicht jetzt gesagt, ja, an sich ist die Impfpflicht, sorry, Impfpflicht gar nicht so schlecht, aber wie willst du das kontrollieren? Willst du dann etwa die Leute irgendwie, weiß ich nicht, dann zum Arzt schleifen und so weiter? Nee, also es gibt auch bei anderen Sachen Pflichten und Gesetze, die man nicht so einfach kontrollieren kann, wie Kinderpornografie. Kannst auch nicht bei jedem auf dem PC gucken und schauen, ob da Kinderpornos drauf sind. Trotzdem ist es halt irgendwie illegal und wenn du erwischt wirst, dann wird es halt teuer für dich. Dann wird es teuer. Ja. Oder auch bei Impfpflicht, kann man ja zum Beispiel sagen, keiner kommt ins Gefängnis, aber es gibt halt so Geldstrafen, wenn du es halt nicht gemacht hast. I don't know, also ich bin jetzt auch kein Impfpflichtbefürworter unbedingt. Ich kann es verstehen, dass man das will und es wäre auch sinnvoll, aber ich denke nicht, dass es die Bereitschaft groß ist. Boah, aber das ist halt schon, also langsam geht es mir auch ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen, weil die ganze Zeit ist halt so der Gedanke, okay, hätte man einfach, als die Impfstoffe auf den Markt gekommen sind, so einfach gesagt, okay, hier, go, innerhalb von zwei Wochen sind dann alle durchgeimpft, dann wären wir jetzt an einem ganz anderen Punkt höchstwahrscheinlich. Na klar, aber sag das mal Michael Wendler und so, solchen Leuten. Ja. Und jetzt, als es 2G gibt, ich weiß nicht, ob du das oft siehst, hier in Weimar am Monami, wie lang die Schlangen sind zu diesen Spontanimpfungen. Ja. Die standen echt von Monami bis zur Kloßfrau, standen die ja an für eine Impfung. Das ist nice. Stundenlang. Und eine Freundin von mir stand irgendwie vier Stunden an in Erfurt, um sie impfen zu lassen, dann kam sie an, dann hieß es irgendwie, dass sie nicht geimpft werden darf, weil die haben kein BioNTech mehr und sie dürfte nur das bekommen, aufgrund ihres Alters und so weiter. Und geschlechts, halb vier Stunden angestanden für gar nichts. Das ist ja auch wieder eine interessante Überlegung, wenn wirklich, also so massenhaft ganz viele Leute gleichzeitig sich impfen lassen und die dann aber wirklich für 24 Stunden raus sind, aber auf Arbeit müssen. Also, dass dann quasi irgendwie so ein Großteil der Gesellschaft erstmal einen Tag lang komplett flach liegt, so. Also, es ist ja nicht bei jedem so, aber bei vielen. Und ja, dann ist halt einfach so ein Tag einfach, bup, geht gar nichts. Jetzt steht die Welt still. Ist auch geil. Ja klar, so ein Freedom Day, weil es da einfach nicht auf Arbeit gehen müssen. Ja. Einen Tag. Warum nicht? Alle. Freedom Day erinnert mich wieder an den Untergang der Vereinigten Staaten. Das ist immer wackeligere Demokratie. Ich sage es einfach nochmal, weil dann überrascht es euch nicht, wenn es passiert. Du sprichst gerade den American Song Contest an, den es bald gibt. Genau den. Nach dem Eurovision Song Contest gibt es endlich den American Song Contest. Es wird auch mal Zeit. Und wann ist denn der? Am 21. Februar. Ich bin voll gespannt drauf. Mindestlohn ist übrigens gestiegen. Schon wieder. Vorher ich das vergesse. Nervt langsam. Ist ja was passiert, oder? Ist ja nicht jetzt bei 12 Euro oder so. Kann sein, ja. Guck mal, wie die Leute hier, die sparen quasi Geld, wenn die bei uns einen Hörerwunsch kaufen, dann machen die Plus. Ja. Weil wir nehmen keine 12 Euro die Stunde, wir nehmen nur 10. Ungefähr, mit Vorbereitung vielleicht ein bisschen mehr. Mit Vorbereitung, dann überziehen wir. Alter, also eigentlich kann man sich an unseren Hörerwünschen reich kaufen. Auch mein Weg zu dir ist ja auch nochmal Arbeitszeit. Das stimmt. 10 Minuten. Das ist auch nicht alles umsonst, liebe Leute. Geil. Geil, geil, geil. Was war denn noch so? Der Philipp Amthor wurde geblitzt. Oh nein. Hat seinen Führerschein verloren irgendwie und wollte wohl einfach ein Bußgeld nicht zahlen und so kam es dann irgendwie raus. Philipp, der arme Thor. Ja. Da gab es dann auch ganz tolle Witze mit irgendwelchen Bildern vom Blitzer angeblich, wie er auf so einem Bobbycar sitzt oder so auf so einem Dreirad sitzt und so. Ja. Finde ich nicht witzig. Ich finde dieses Philipp Amthor ist ein Kind, finde ich ein bisschen ausgelutscht. Naja, ich finde es ausgelutscht, seit er selber an seinem Schwanz rumlutscht. Seit er halt selber das Meme so hart embracet und sagt, he he, ich bin ja Philipp. Weißt du? Und dann mit Absicht noch mehr redet. Ja, auf jeden Fall. Er ist halt so ein bisschen... Ja, er ist natürlich auch so, aber er macht es auch mit Absicht. Also alleine, also in dem Moment, als er gesagt hat, es gab ja ursprünglich dieses Ding, wo er sagt, hey Rezo, du alter Zerstörer. Und das hat er dann halt auch selber nochmal öfter gemacht. Hey, na ihr, ihr alten Zerstörer oder sowas. Ja, weil er Humor zeigen will. Ja, ab diesem Punkt war es für mich endgültig vorbei. Ich habe mich halt auch sehr viel mit ihm auseinandergesetzt, als ich ihn selbst parodiert habe so. Und das war dann für mich... Jetzt ist alles auserzählt, was der zu bieten hat. Ja. Ja. Gut, für mich habe ich noch ein kleines Thema. Ich glaube, die Zeit ist langsam schon wieder rum. Die GTA Definitive Edition ist ja auch rausgekommen in den letzten zwei Wochen. Und da gab es ja hilariously bad Video-Compilations von den ganzen Glitches, wie Ryder zum Beispiel auf dem Fahrrad sitzt und komplett ausgerenkte Arme hat und so. Und alles sieht scheiße aus, weil das eine KI gemacht hat. Und ich finde das so hart. Innerhalb von vier oder fünf Tagen gab es schon ein YouTube-Video, wie jemand mit Mods das komplett gefixt hat. Also nicht komplett komplett, aber halt alle großen, wesentlichen Punkte, dass der Regen viel zu undurchsichtig ist und so. Und dass das alles kacke aussieht. Und selbst die Texturen da irgendwie falsch aufgesetzt sind. Also da ist eine Dreier-Textur, aber da ist eine Sieben drüber auf so T-Shirts. Dass alles innerhalb von vier Tagen for free gefixt wurde. und da kriegt das ein fucking Studio nicht hin, das auch nicht zu machen. Das ist so insane, Alter. Das wollte ich einfach mal erwähnen. Ein Chapeau auf die Modderszene. Ja. Die könnten halt sofort so ein Spiel wahrscheinlich irgendwie auf die Beine stellen, ohne dass es... Ich finde es auch krass, dass die heutigen Studios oder die heutigen Spiele, die veröffentlicht werden, gar nicht mehr den Anspruch zu haben scheinen, so komplett zu sein. Also früher, weil es noch PS2 gab und dann konnte man nichts mehr fixen. Die Spiele mussten fertig sein und so. Solange du die Kohle kriegst, ist es egal. 60 Euro, here we go, Alter. 60 Mark. So, hast du noch ein ganz wichtiges Thema ansonsten... Smithers von Simpsons. Ja, na klar. ...ist homosexuell. Was irgendwie klar war, weil er immer so von Mr. Burns geschwärmt hat. Ach, der ist das. Aber er hat jetzt einen neuen Lover bekommen, Smithers von Simpsons. Süß. Ja. Fand ich eine schöne... Eine Tickerwarnung spreche ich aus. Es ist overwhelming. Das ist einfach eine schöne Szene. Ja, Bruce Aaron hat übrigens gesagt, ist es genug viraler Hitler, dass Teddy Dickerbran gehatet wird? Ich habe dazu gar nichts gefunden. Der ist mir auch egal. Ich finde ihn total unlustig. Keine Ahnung. Aus wen? Na, Angelo Merte. Ach, der? Der wird gehatet? Ja, scheinbar. Keine Ahnung. Immer drauf. Schlag den um. Weil er das jetzt aufgerufen, zerstraft hat. Macht das nicht. Streichelt den und sagt ihm, dass er unlustig ist. Ja, ich finde ihn auch nicht so witzig, wie ihn viele halten. Also er ist schon irgendwie lustig, macht auch ein paar Gags, aber ich fand ihn jetzt nie besonders komisch. Der hat einen Song, Lohn ist da, da habe ich... Also das ist so ein bisschen Ohrwurm, aber darüber hinaus habe ich überhaupt keinen Bezug zu dem. Es gab noch Krawalle in Holland und so weiter, in den Niederlanden, wegen des Corona-Lockdowns, was hier auch erwartet wird. Und auch in Österreich gab es wohl harte Proteste gegen den Lockdown für Ungeimpfte oder für alle. Ja, Österreich macht ja hier Impfpflicht, ne? Genau. Hat man auch noch nicht besprochen, glaube ich. Britney Spears ist endlich frei. Das ist vorhin jetzt in Kraft getreten. Mit Kraft getreten wurde auch KuchenTVs Freundin, womit der Bogen gespannt wurde. Und wir müssen die Woche bewerten. Ich muss nachdenken. Achso, und Falco ist in den Charts zurück. Das ist das Allerwichtigste. Ja, ist echt wichtig. Er ist auf Platz 7 gelandet, glaube ich, in Österreich. Eine Max, sein Album Emotional wurde neu aufgelegt, remastered und mit neuen Remixes. Aus dem Jenseits remastert er sein Album. Ja. So ein geiler Typ. Also nach seinem Tod echt fast mehr Platten verkauft als zu Lebzeiten, obwohl er da schon sehr erfolgreich war. Jedenfalls Emotional. Toller Song, unterbewertet. Kann man gerne mal hören. Falco Emotional. Okay. Ja, die Woche war jetzt, fand ich jetzt, mittelmäßig. Etwas durchwachsen. Mittelmäßig. Also ich fand diese neue Variante. Neue Variante, die ist halt noch so nicht ganz klar. Aber es gab mal wieder einen schönen Beef auf YouTube. Mal wieder gucken, Frauen schlagen, finde ich sowieso immer geil. Ja. Und deswegen gebe ich schon ein paar mehr Punkte als sonst so, denke ich. Aber, schwierig. Also ich glaube, ich würde zu so einer 6,5 gehen. Wenn jetzt aber die neue Variante sich rausstellt, als wirklich der Überkiller-Virus, dann können wir da gerne noch ein, zwei Punkte draufpacken, rückwirkend. Rückwirkend, okay. Ich bin auch bei 6,5, aber gerade so. Okay. Aber auch nur, weil Beatrice Egli sich nicht impfen lassen will. Und Sturm der Liebe auch vorm Aus steht. Du sagst also, Beatrice Egli sollte KuchenTV als Freund haben. Genau, Beatrice Egli. Beatrice ist auch eklig. im Wegboxen. Beatrice Egli. Ja. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören, liebste Leute. Verzeihen Sie mir uns die leichte Verspätung von etwa zwei Stunden, zweieinhalb oder so. Nächstes Mal bestimmt wieder pünktlich. Und für unsere Unausgeschlafenheit. Wir sind ja immer müde, wenn wir aufnehmen, aber heute haben wir ja beide bis halb... Ich war 10.30 Uhr, wach, Tino. Ja, wach war ich auch kurz. Na gut. Aber wenn man bis um 4 durchmacht, dann kann man nicht um 10 fit sein und hier das Beste abliefern für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann musste ich noch mal eine Stunde länger schlafen. Na gut. Das ging nicht anders. Da war noch Besuch da und so und es ist alles so... Ja. Gut. Dann reingehauen. Tschüss. Die Musik ist so laut. Au. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017